11. Fortuna Belli 11a. Ich zog also um das Wort meiner Frau vom Wiederkommen noch im Ohr, mit einem kleinen Pappkoffer und dem üblichen Seifenkarton für die Rücksendung der Zivilkleider, in die Aula des Schillergymnasiums, wo man uns registrierte und uns einen Fahrausweis nach Detmold gab. 11. Auch die Feldpostnummer wurde uns schon genannt, unter der wir künftig erreichbar sein würden. Wir schrieben sogleich noch ein paar Postkarten, um der Familie und den Freunden die neue Adresse zu melden. Und nach einer Weile setzten sich an die 30 Zivilisten, denen ihr neuer militärischer Status noch nicht anzusehen war, zu der Bahnstation vor der Stadt Inmarsch, von wo zu unbekannter Zeit ein Zug in Richtung Detmold abgehen sollte. 11. Schon auf dem Wege dorthin mussten wir, wegen eines Luftangriffs auf den Flugplatz Loddenheide, im Straßengraben in Deckung gehen. Aus deutschen Abwehrgeschützen fiel nicht ein Schuss. 11. Aber nun werden wir endlich den Krieg gewinnen, sagte mein Nachbar. Die zueinander passenden hatten sich rasch erkannt. Und in Detmold trafen wir schon in kleinen, mehr oder weniger geschlossenen Gruppen ein. In der Kaserne waren für uns einstweilen weder Stuben noch Betten verfügbar. Jeder holte sich ein Bund Stroh und bettete sich, so gut es ginge, auf den Betonfußboden, oben unter dem Dach. Man teilte uns mit, wir seien der 15. Hundertschaft zugeteilt. Hundertschaft? So etwas gab es bei der SS, aber doch nicht bei der Wehrmacht. Nun, dies war eben ein Erfassungslager. Schließlich war auch das ein neues Wort. Anderen Tag standen wir wie üblich Schlange vor der Schreibstube, wo man uns in Listen einschrieb und unseren Wehrpass gegen das Soldbuch vertauschte. Als ich meinen Geburtsort nenne, blickt der Schreiber ein Unteroffizier mir neugierig ins Gesicht. Du bist und Gotts Jälte und den Sand? Ich bestätigte, dass ich wirklich aus Gottes Älte komme und aus dem Sand. Und ich sehne und reine. Ich frage zurück, ob er denn auch ein richtiger Rhein-Schker-Rierkel sei, wobei ich die drei R Münsterländisch rollen lasse. Und darauf gibt er mir die Hand. Und eine wichtige persönliche Beziehung ist geknüpft. Am späten Vormittag heulten fast regelmäßig die Alarmsirenen und mangels hinreichender Schutzräume schwärmten wir in kleinen Gruppen aus ins umliegende Land. Bei einer dieser gemächlichen Wanderungen gab mir mein Landsmann von der Schreibstube die Entlassungspapiere zurück, in denen mir das Ausscheiden aus dem Dienst der Wehrmachtspsychologie schwarz auf weiß bescheinigt war. Ich hatte sie arglos und übrigens vorschriftsmäßig zugleich mit meinem Wehrpass abgeliefert. Eine so seltene Kostbarkeit trage man aber doch besser am Leibe. Vielleicht werde man sie noch brauchen. Auf den Gedanken war ich noch gar nicht gekommen. Inzwischen hatte man uns Stuben zugewiesen, völlig leer und von uns selbst erst zu möblieren. In einer Turnhalle fanden sich Tische, Betten, Schränke und so fort. Die schon entstandenen Gruppen blieben möglichst beieinander und schloss sich noch ein dicker Mann mit pfiffigen Äuglein an, der sich selber mit den Worten anpriest, er könne zwar nicht arbeiten, aber umso besser organisieren. Er bewährte sich unverzüglich. Unsere Lampe war ohne Birne. Nach wenigen Minuten brachte er eine her. Die rostige Blechkanne für den in der früher zu holenden Kaffee war ihm nun gegen eine nagelneue ausgetauscht. Und als uns der Besen fehlte, kam Dickerchen nach kurzer Zeit mit steifem Knie in die Stube gehumpelt und zog ihn unter der Jacke weg aus dem Hosenbein hervor. Mit seiner hohen Eunuchenstimme klagte er sich zwar immer wieder an, ein einziges Mal im Leben ein Held gewesen zu sein, und dann folgte die Geschichte, wie er aushilfsweise zum Werkschutz geholt, befehlsgemäß den Bunker verlassen und prompt ein paar Bombensplitter ins Kreuz bekommen habe. Jeden Abend wurden uns die immer noch butternden Narben vorgeführt. Dieser Soldat Schweig, der mir später noch einmal über den Weg laufen sollte, war fest entschlossen, dergleichen nie wieder zu tun. Vor allem werde er auf keinen Fall den Arm zum Hitlergruß erheben, obwohl der seit dem Attentat vom 20. Juli auch in der Wehrmacht eingeführt war. Für seine fast kugelrunde Figur fand sich nicht leicht eine passende Uniform, und er trug mit ausgeprägtem Sinn für das Groteske die jeweils schon erworbenen Stücke zusammen mit der mitgebrachten Zivilkleidung. Als ihm die Schuhe ohne Schnürsenkel geliefert wurden, band er sie mit knallweißem Hanfbindfaden zu. Auf dem Kasernengelände steckte er die Finger der rechten Hand, wie ein Armverletzter zwischen die Knöpfe der Uniformjacke oder des Mantels, und wenn er einem Vorgesetzten begegnete, wendete er ihm zum Gruß ruckartig das fette Gesicht zu und zuckte ein bisschen mit der Backe. Dass die das dürfen, mit diesem empörten Aufschrei quittierte er jeden Morgen die Trillerpfeife, mit der man uns weckte, und dann rollte er sich für fünf Minuten auf die andere Seite. Ich selber greife morgens früh gerne nach der Blechkanne, um den Kaffee zu holen. Den langen Weg zur Küche hat man dann, unter dem klaren Sternenhimmel hinweg, für sich allein. Übrigens lassen die Kameraden mich respektvoll in Ruhe, wenn ich gelegentlich ein bunt eingebundenes Neuestes Testament aus der Tasche ziehe. Sie ahnen sehr wohl, was ich da lese. Und wenn mir, bei irgendwelchem endlosen Warten auf den Fluren, jemand neugierig über die Schultern blicken will, dann schiebt einer von ihnen ihn rasch zur Seite. Komm, davon verstehst du nichts. Bei den allmorgendlichen Appellen der halbwegs uniformierten Scharen schmelzen allmählich die uns vorangehenden Hundertschaften dahin. Man lässt abzählen und links heraustreten. Und der auf solche Weise willkürlich und zufällig gebildete Haufe bekommt dann etwa gesagt, er führe ab sofort den Namen Kommando Paula. Und eines Tages heißt es dann, dass Kommando Paula habe sich zum Abmarsch bereit zu machen. Wie man munkelt, gehen die Transporte nach Polen, nach Ungarn, nach Böhmen. Nach Prag, so heißt es, verschwindet auf solche Weise unversehens auch unser dicker Soldat Schweig. Die erste Nachricht von zu Hause war nicht gut. Meine Frau dachte nun doch an die Evakuierung. Den Ältesten hatte sie schon zu meinen Eltern in die dörfliche Zuflucht geschickt. Mir fiel ein, dass für den Evakuierungsfall möglicherweise ein kurzer Urlaub zu erreichen sein könnte und ich machte also ein entsprechendes Gesuch. Der Feldwebel auf der Schreibstube, ein bajuwarischer Grobian, betrachtete sich den Briefbogen, worauf ich es niedergeschrieben hatte, einen Augenblick. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Arschwäscher. Zugleich trat aus einem Dienstzimmer ein geisterhaft blasser Hauptmann, hörte einen Augenblick zu und sagte dann mit tonloser Stimme, Urlaub, es gibt keinen Urlaub. Stattdessen bereitete sich etwas weit Besseres vor. Am nächsten oder übernächsten Morgen wurde wieder einmal ein Haufe zusammengestellt und jetzt war ich dabei, als Einziger von unserer Stube. Wir nahmen, was uns gar nicht gefiel, Rucksäcke in Empfang und sonst noch fehlende Ausrüstungsstücke. Immerhin keine Waffen. Und dann eröffnete man uns, wir würden in einigen Tagen abgestellt, nach Münster. Vorerst nach Münster. Beim mittäglichen Fliegeralarm traf ich wieder meinen Schreiber aus Rheine. Er wusste natürlich schon Bescheid und trug mir auf, nach seinem Freunde zu Fahnden, einem Unteroffizier Ecker, von dem er seit Monaten nichts gehört habe, der aber in Münster sein müsse. Ich solle ihn grüßen und ihm sagen, man erwarte ein Lebenszeichen. Eines späten Abends zogen wir also nunmehr in militärischer Marschformation zum Bahnhof. Bei der Ankunft in Münster dämmerte der Novembermorgen herauf. Zum ersten Mal hatte ich mich als einfacher Soldat, Dienstbezeichnung Fliegerpieper, durch die Welt zu bewegen. Und sie nahm sich merklich anders aus als bisher. Neu und sehr lästig der Zwang, ständig auf etwa zu grüßende Vorgesetzte zu achten. Im Zuge erzählte eine Handwerkersfrau von ihrem Mann, der im Osten sei, und steckte mir einen Apfel zu. Die jungen Mädchen, die auf den überfüllten Bahnsteigen sich an uns vorbeidrängten, schienen einen Klaps auf die Hinterseite zu erwarten oder zu befürchten. In Münster habe ich als einzig Ortskundiger dem Führer der Marschgruppe den Weg anzugeben. Natürlich führt er zu Flackkaserne. Eine andere Luftwaffenkaserne gibt es ja gar nicht. Und den einzig in Betracht kommenden Richtweg habe ich mir schon längst überlegt. Es lässt sich auch gut einrichten, dass 30 Schritt vor unserem Hause eine Marschpause erforderlich erscheint und ich springe rasch herein. Die Hausgehilfinden backt gerade für ihren Bruder einen Pfannkuchen. Frau und Kinder sind nicht im Haus. Sie haben vorläufig Zuflucht gesucht bei bäuerlichen Verwandten im Münsterland. Wo sie aber, wie sich bald zeigen wird, aus dem Regen in die Traufe geraten sind. Der Hof liegt allzu nah bei einer von nächtlichen Luftangriffen besonders heimgesuchten Kanalüberführung und das zugige Bauernhaus tut der Gesundheit der Kinder nicht gut. Ich hole mir rasch ein paar Cox-orange Äpfel aus dem Keller und kehre zu meiner Kolonne zurück. Kaum sind wir einigermaßen untergebracht, auf dem diesmal mit Betten bestandenen riesigen Bodenraum, man nennt ihn sogleich die Deutschlandhalle. Da hole ich den wohlverwarten Zettel hervor und gehe ins Stabsgebäude. Mein klerikaler Obergefreiter sitzt hinter der Schreibmaschine und fällt fast vom Stuhl. Das kameradschaftliche Du geht ihm aber dann weit prompter von den Lippen als mir. Er sagt meine glänzende Zukunft voraus. Der Chef kenne alle meine Bücher und werde bestimmt etwas für mich tun. Denkst Du vielleicht, ich gehe zu Eurem Chef? Der wird Dich schon kommen lassen. Im Stabsgebäude sitzt die Annahme- und Entlassungsstelle, A- und E-Stelle des Luftgau-Kommandos. Ihr Chef ist ein Oberstabsarzt. Meine Marschgruppe hat nicht das Mindeste mit ihm zu tun. Es gibt auf dem weitläufigen Kasernengelände Dutzende verschiedener Dienststellen und Einheiten. In einem Gebäude hausen mit ihren Lehrern an die 100 litauische Jungen. Sie bekommen dort ihren regelmäßigen Schulunterricht. Mein Obergefreiter hatte rasch einen dienstlichen Briefumschlag in seine Schreibmaschine gespannt, schrieb eine Adresse darauf, steckte zwei leere Bogen Papier hinein, klebte ihn zu, setzte vorne und hinten das Dienstziegel der A- und E-Stelle darauf und überreichte ihn mir. Hiermit kommst Du jederzeit durch die Wache. Der Umschlag war mit dem Vermerk dringend und vertraulich an das Standort Lazarett Münster adressiert. Noch am gleichen Abend probierte ich diesen Passepartout mit Erfolg aus und 20 Minuten später traf ich bei meinen Eltern ein gerade recht zum Abendbrot. Für Thomas war das Schönste, dass ich ihm wieder vor dem Einschlafen eine Geschichte erzählen konnte. In der Kaserne fragte ich nach dem Unteroffizier Ecker und bekam bald mit wichtiger Miene die Auskunft, oh, das sei einer von den Machthabern der Schreibstube, der für mich zuständigen Schreibstube. Gar nicht schlecht. Ich baute mich also in der vorschriftsmäßigen Haltung, die mir immer noch nicht richtig geriet, vor ihm auf und richtete die Grüße meines Landsmannes aus, was mir dann in kaum abgemildert dienstlichem Tone quittiert wurde. Das war alles, so schien es. Naja, jeden Morgen sah ich den Gewaltigen, einen kleinen Fahrradhändler, wie ich dann erfuhr, neben dem Hauptfeldwebel vor der zum Appell angetretenen Mannschaft stehen und siehe da, als wieder einmal ein Transport nach irgendwelchen rätselhaften Gesichtspunkten aussortiert wurde, ging er die Reihen der Auserwählten entlang, stockte ein wenig, als er mich sah und schickte mich wortlos ins Glied zurück. Übrigens zierte meine sonst völlig undekorierte Uniformbrust die Spange des Kriegsverdienstkreuzes mit Schwertern, das ich schon Zivilist geworden im Sommer 1943 zu meiner Überraschung in Empfang zu nehmen hatte. Die Schwerter waren selten und wenig bekannt und die Spange hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kriegsteilnehmerabzeichen des Ersten Weltkrieges. Mancher hielt es wohl auch dafür, zumal mein Lebensalter nicht klar dagegen zu sprechen schien. Eines Morgens hatte ich mich, selber einigermaßen überrascht und bestürzt, in die Altersgruppe zwischen 40 und 50 einreihen müssen. Trotzdem war ich noch immer von jeder soldatischen Ausbildung verschont geblieben. Ich wusste nicht einmal, wie man einen Karabiner handhabt und unglaublicherweise habe ich es auch später nie gelernt. Man hatte sich in der Schreibstube, um die noch Ungedehnten herauszufinden, einen besonderen Trick ausgedacht, der mir unerwartet zugute kam. Auf die bislang üblich gewesene Frage, wer bereits die militärische Grundausbildung absolviert habe, meldeten sich regelmäßig auch diejenigen, welche bei der SA oder in der Hitlerjugend ein bisschen schießen gelernt hatten. So lautete neuerdings die Formulierung anders. Man fragte, wer hat noch nicht den Fahnen-Eid geleistet? Der nämlich wurde bei der Truppe erst nach der Grundausbildung geschworen. Ich hatte das zwar gleichfalls nicht getan, natürlich nicht, aber so stand es in meinen Papieren. Und das war folgendermaßen gekommen. Bei der Entlassung aus der Wehrmachtspsychologie entdeckte ich, dass in meinem Wehrpass jegliche Eintragung über den abgeleisteten Dienst fehlte. Man hatte das einfach verbummelt. Ich ging also mit diesem Dokument zu dem ehemals leitenden Psychologen, der das Versäumte sogleich ausführlich nachholte und auch die Unterschrift des Kommandeurs von Ehrdem besorgte. In der Rubrik Vereidigung fand ich dann gleichfalls ein passendes Datum eingetragen. Es dauerte nicht lange, da wurde beim Morgenappell dröhnend der Flieger Pieper herausgerufen und erhielt in zurechtweisendem Ton, Sie werden schon sehen, was Ihnen da blüht, den Befehl, sich unverzüglich beim Oberstabsarzt O. zu melden. Ich wurde auch sogleich von ihm empfangen, als ich zum militärischen Gruß zeremoniell ansetzen wollte, winkte er energisch ab, lassen Sie doch den Unsinn. Stattdessen bekam ich Komplimente wegen meiner literarischen Produktion zu hören und dann wurde ich gefragt, was ich denn nun wolle, man habe einen ziemlich langen Arm. Nach meiner bisherigen Erfahrung, so antwortete ich, dürfe man selber nicht allzu viel tun. Sie tun ja auch nichts, also was haben Sie sich so gedacht? Wenn möglich, möchte ich wohl nach einer Zeit lang in Münster bleiben. Die Flackkaserne lag ziemlich genau auf halben Wege zwischen unserem Haus und der dörflichen Wohnung meiner Eltern. Besseres war kaum zu erfinden. Der Oberstabsarzt erkundigte sich dann nach dem wehrärztlichen Untersuchungsbescheid, worauf ich wiederum mein bekanntes Verslein vorbringen konnte. Sogleich rief er das Labor an und setzte schon auf den nächsten Tag einen Termin fest für eine neue Untersuchung. Außerdem werde er mich sofort für seine Dienststelle anfordern. Er brauche schon lange eine geeignete Kraft für dringende Karteiarbeiten. Dabei sah er mich vielsagend an, blieb aber völlig ernst, genau wie ich selbst. 11b Von einem normalen Dienstbetrieb konnte in dieser Kaserne nirgendwo die Rede sein, und er wurde ständig durch Fliegeralarme unterbrochen. Und es war ein strikter Befehl, dass jedermann den Schutzraum aufzusuchen hatte, mit umgehängter Gasmaske. Des Nachts wurden sämtliche Stuben daraufhin kontrolliert. Doch behielt die bis zum Überdruß wiederholte Lanzer Parole recht, wir sind doch ein militärisches Ziel und werden folglich niemals bombardiert. Tagsüber war man immer etwas müde, so lag ich eines Mittags die Hände in die Manteltaschen vergraben, in der kalten Deutschlandhalle auf meinem Strohsack, als ich durch einen zaghaften kühlen Griff um mein Handgeleck plötzlich aus tiefem Schlaf geweckt wurde. Meine Frau hatte sich zu mir durchgefragt. Monika und Michael standen draußen und warteten mit Ungeduld. Bei der Tochter, sechseinhalb Jahre alt, schien die Wiedersehensfreude etwas getrübt durch die Enttäuschung, den Vater als einfachen Soldaten anzutreffen, bald wirst du doch wieder Offizier sein, oder? Als ich mich zum angegebenen Termin zur ärztlichen Untersuchung meldete, fand ich meinen Gönner, den Oberstabsarzt, nicht mehr vor. In der Nacht zuvor war seine Dortmunder Wohnung von Bomben getroffen worden, und er hatte sogleich den in solchem Falle vorgesehenen Urlaub genommen. Der Stellvertreter, ein Stabsarzt, war offenbar orientiert über die mich betreffenden Absichten meines Chefs. Ob er sie auch billigte, schien mir nicht so sicher. Jedenfalls sagt er mit merkwürdiger Betonung, zunächst werde nun die befohlene Untersuchung genau nach Vorschrift durchgeführt werden. Er traute wohl meinen Angaben nicht recht, und anscheinend hatte er die Absicht, die Prozedur mit dem Schlauch im Magen eine ganze Weile auszudehnen. Aber nachdem, wie nicht anders zu erwarten, die von der Laborantin jeweils telefonisch gemeldeten Zwischenergebnisse eindrucksvoll genug waren, ließ er die Untersuchung abbrechen. Die Kommandierung zu den Karteiarbeiten wurde schon bald verfügt. Der für den Dienststellenbetrieb verantwortliche Sanitätsfeldwebel wies mir eine abgelegene Stube im Dachgeschoss zu, erklärte mir kurz die Arbeit und ermunterte mich schließlich ein Drama zu schreiben. Die Karteiarbeiten dringend oder nicht waren jedenfalls in zwei Stunden des Tages leicht zu bewältigen. Und ich holte mir aus dem zu Hause verbliebenen Bestand einen Packen Lern- und Lesebücher. Das Haus wurde jetzt nur noch von der tapferen Hausgehilfin bewohnt und bewacht. Meine Frau war nun doch mit den beiden jüngeren Kindern in das vorbereitete Notquartier gezogen. Arglos aus meiner Klause tretend begegnete ich eines Tages auf dem Flur einem Zivilisten, der mir bekannt vorkam. Es war einer der vier bis fünf Landesinspektoren, die von meinen Eignungsgutachten zu profitieren pflegten. Wir waren beide sehr verwundert, uns hier zu treffen. Spektor, was ich nicht gewusst hatte, seit eh und je seine Berufungsberatungstermine für die zur Entlassung kommenden Luftwaffensoldaten in eben diesem gleichen Dachgeschoss abhielt. Als ich dann auf seine Frage die korrekte Auskunft gab, ich sei hier mit dringenden Karteiarbeiten befasst, geriet er in Zorn. Immer wieder gäbe es schwierige Fälle, für die eine Eignungsuntersuchung schlechthin erforderlich sei. Gerade jetzt in diesem Augenblick stehe er vor einem fast unlösbaren Problem. Und schon nötigt er mich in einen verqualmten Raum, wo ich mich sogleich mit einer wohlvertrauten Situation konfrontiert sehe. Ein Flacksoldat, noch ohne Beinprothese, die Krücken seitlich an den Stuhl gestellt, der Wehrmachts Fürsorgeoffizier, ein sympathischer Hauptmann, ein Feldwebel und der Inspektor, der seinen Platz hinter dem Streibtisch wieder einnimmt, nachdem er mich als Dr. P. vorgestellt hat, wodurch natürlich alle militärische Ordnung für einen Augenblick ins Wanken gerät. Der Soldat, vorher als angelernte Arbeiter beschäftigt, will absolut in einen Büroberuf, wofür er sich jedoch offensichtlich wenig eignet. Also was tun? Nach einer kurzen Befragung rate ich versuchsweise zu einer Ausbildung als Feinmechaniker, was auch dem Betroffenen plötzlich einzuleuchten scheint. Aber natürlich sei das, sage ich, nicht ohne weiteres zu entscheiden, nicht so aus dem Le Mans. Nicht ohne Eignungsuntersuchung, natürlich nicht, fügt der Inspektor mit Nachdruck hinzu und sieht sich nach Bestätigung um. Für mich spielte sich nach und nach ein fast mönchisch regelmäßiger Tageslauf ein. Aus der frühmorgens noch in der Dunkelheit angetretenen Kohorte wurden vorweg die zu besonderen Funktionen kommandierten, darunter auch ich, vor die Front gerufen und entlassen, womit man dem eigentlichen Kommissbetrieb bereits entronnen war. Ich stieg also einigermaßen gelassen ins Dachgeschoss hinauf zu meiner Kartei. In einem Kellerwinkel hielt ich wohlverschlossen mein Fahrrad versteckt. Damit fuhr ich allabendlich zu meinen Eltern. Thomas zeigte mir seine Rechenaufgaben und Aufsätze oder er ließ mich ein Gedicht hören. Bei klarem Himmel lernten wir den Namen eines neuen Sternbildes hinzu. Er zog mit mir in die Schmiede und zur Nacht gab es eine Geschichte und manchmal erfand er selber schon eine. Wenn ich ging, lagen wie in meiner Schülerzeit die Frühstücksbrote für den nächsten Morgen da, von meinem Vater säuberlich verpackt. Jeden Sonntagmorgen marschierte, zum Ärger des Kommandeurs, eine stattliche Gruppe uniformierte unter Führung des Sanitätsfeldwebels desselben, der mich ein Drama schreiben hieß, zum Gottesdienst in die nahe Pfarrkirche. Meist kamen uns die litauischen Schüler auf dem Rückweg von ihrer frühen Messe schon singend entgegen. Ein bis zweimal wurde ich zur nächtlichen Streifenwache kommandiert. Mit ziemlichen Unbehagen hängte ich mir das, wie man mir sagte, französische Beutegewehr über die Schulter, und es war nur ein schwacher Trost, von dem mitpatrouillierenden Kameraden zu hören, dass er damit gleichfalls nicht umzugehen wisse. Glücklicherweise gab es auch dazu nie einen Anlass. Bei der nächsten Begegnung hatte mein Landesinspektor zu vermelden, der Senior werde beantragen, dass ich als Soldat zu Eignungsuntersuchungen an das Lazarett in Bigge versetzt werden solle, wo sich inzwischen die Umschulungsfälle häuften. Ganz einfach werde die Sache allerdings nicht sein, weil das Bigger Lazarett eine Heereseinrichtung sei, während ich als Flieger nun einmal zur Luftwaffe gehöre. Immerhin die Dienststelle des Armeearztes befinde sich, zusammen mit der vom Senior geleiteten Hauptfürsorgestelle, zufällig in dem gleichen Ausweichquartier im Sauerland. Kaum hatte ich richtig begriffen, was ich da möglicherweise anbahnte, als etwas Bedrohliches geschah. Meine Einheit, deren nähere Bezeichnung ich mir nie habe merken können, wurde verlegt, und zwar nach Gütersloh, auf den Fliegerhorst. Natürlich würde, so denke ich, niemandem plausibel zu machen sein, man müsse sich von so weit her eine geeignete Kraft für dringende Karteiarbeiten ausleihen, und selbstverständlich gehöre ich, obwohl zu A- und E-Stelle kommandiert, noch immer zu meiner Einheit, welche meine Papiere besaß, den Wersold auszahlte, und so weiter. Ich brachte also vorsorglich schon einmal die Bücher und das Fahrrad zu den Eltern und hielt mich für den Abtransport bereit. In diesem kritischen Augenblick griff der Fürsorgeoffizier ein, mit dem ich bei jener improvisierten Berufsberatung bekannt geworden war und dem der Landesinspektor vermutlich guten Glaubens, aber faktisch derzeit weit vorausgreifend von meiner unmittelbar bevorstehenden Anforderung durch den Armeearzt berichtet hatte. Jedenfalls es ging so aus, dass meine Einheit eines Abends abrückte und ich wegen der in Kürze zu erwartenden besonderen Verwendung zurückblieb. In dem militärisch unmöglichen Zustande einer nahezu absoluten Unzugehörigkeit. Plötzlich war ich inmitten in einer Welt der totalen Erfassung ein schlechthin nicht organisiertes Individuum, tatsächlich ein Einzelner, fast ein Privatmann. Wenn jetzt auf den Fluren die Trillerpfeife gingen, gemeint sein konnte jedermann, aber auf keinen Fall ich. Wieso ich trotzdem regelmäßig meinen Wehrsold bekam und die Essensmarken, sogar die Zigaretten und die gelegentlichen Zuteilungen von Alkohol, habe ich nie durchschaut. Schon dachte ich, so etwas könne es in der deutschen Wehrmacht unmöglich ein zweites Mal geben, da traf ich eines Tages, als Flakkanonier verkleidet, einen zweiten, gleichfalls freischwebenden Solitär. Einen insofern noch krasseren Fall, als weit und breit kein irgend vertretbarer Grund für die Sonderstellung zu erkennen war, außer vielleicht sein besonders labiler Gesundheitszustand. Der Kanonier, Oberspielleiter am Münsterischen Stadttheater und Dr. Phil, war ein musischer Alleskönner und hatte sich wohl dadurch unentbehrlich gemacht. Ihn beauftragte man zum Beispiel mit der Herstellung der bombastischen, auf falsches Pergament gemalten Adressen und Urkunden, die auf Abschiedsabenden und sonstigen Feiern überreicht zu werden pflegten. Aus einem Stück Leichtmetall verstand einen Ring oder einen Fantasieorden zu machen. Er spielte zudem mehrere Instrumente und war schon dadurch unersetzlich in den Trios und Streichquartetten der Stabsärzte. Merkwürdigerweise waren wir einander im zivilen Leben noch nie begegnet. Aber hier verstanden wir uns sogleich und der Vorschlag, seine Stube mit ihm zu teilen, war natürlich sehr nach meinem Geschmack. Ich konnte ja frei über mich verfügen. Stube war nun allerdings eine weit untertreibende Bezeichnung für das helle, mit Parkettfußboden versehene, an die zehn Meter lange Zimmer, das überhaupt nur in einer Luftwaffen Kaserne denkbar war. Außer einem Tisch, einigen Spinden und ein paar Stühlen standen nur zwei weißbezogene Betten darin, und zwar in den einander diagonal gegenüberliegenden Ecken. Wenn ich jetzt des Abends aus dem Dorfe meiner Eltern heimkehrte, war die Kammermusik meist in vollem Gange. Ich zog mich ungeniert aus und hörte vom Bett aus zu. Der Kanonier hatte aber einen noch höher greifenden Plan. In einem Keller der Kaserne war sicherheitshalber das Cembalo des städtischen Orchesters untergestellt. Doch ließ sich den Autoritäten der Stadtverwaltung leicht klar machen, dass die Feuchtigkeit dem Instrument nur schade, und der Kanonier erklärte sich bereit, es in fachmännische Obhut zu nehmen, in seiner Stube natürlich. Von nun an erschien zu den abendlichen Konzerten gelegentlich auch seine vielseitig begabte Frau und übernahm den Cembalo-Part. Eines Nachts, wir schoben uns nach absolvierten Fliegeralarm, müde und missmutig aus den Schutzräumen, drang eine munterplätschernde Eunuchenstimme an mein Ohr. Ich erkannte sie sofort, sie konnte nur dem dicken Soldaten Schweg gehören. Das damalige Gerücht hatte recht gehabt, er kam tatsächlich aus Prag. Ich soll von hier aus entlassen werden, der Krieg ist aus. Das klang jedoch nicht so erfreut, wie es eigentlich hätte sollen, merkwürdigerweise. Er nannte mir die medizinische Kennziffer, die man in sein Soldbuch eingetragen hatte, und ich fand rasch heraus, dass sie psychische Abartigkeit besagte. Auf meine strenge Frage, was er nur angestellt habe, kam etwas bedrückt die Antwort, naja, ich habe ein bisschen verrückt gespielt. Dieser Erfolg war ihm selbst anscheinend nun doch wieder nicht ganz geheuer. Buttert denn dein Rücken noch? Klar, und wie, ich habe natürlich auch ein bisschen nachgeholfen. Es ergab sich zufällig, dass ich mit einem der musizierenden Ärzte den Fall besprechen konnte, und nach einiger Zeit wurde der Soldat Schweig wirklich entlassen, wegen seiner Rückenwunden. Erleichtert zog er von dannen. Inzwischen ging der Krieg seinem bitteren Ende zu, und Deutschland wurde nach und nach zu einem großen Trümmerfeld. Die Symptome des öffentlichen Wahnsinns konnte man nur noch mit stummem Entsetzen zur Kenntnis nehmen. Am Silvesterabend 1944 habe ich mir aus der Wochenzeitung Das Reich ein paar Sätze von Josef Goebbels notiert, Sätze über Adolf Hitler. Er ist die Wahrheit selbst, er ist das Wunder der Deutschen. Alles andere bei uns ist erklärlich, hat seine Ursachen und Gründe. Er allein ist das Unerklärliche, das Geheimnis und der Mythos unseres Volkes. Er ist unser übermenschliches Vorbild. Der Gang in die zerstörte Stadt war eine von Mal zu Mal bedrückendere Erfahrung. Bei gelegentlichen Besuchen in unserem noch immer unversehrten Hause fand ich auf den Behelfsbetten fremder Leute Schlafanzüge und Kleidung. Es wurde immer wieder einmal zum zeitweiligen Unterschlupf für Bekannte und Nachbarn. Manchmal kam für ein bis zwei Tage auch meine Frau. Wir holten uns eine der letzten Flaschen Wein aus dem Keller und feierten zwischen Furcht und Zuversicht ein kleines Fest. Am nächsten Vormittage trafen wir uns dann im Luftschutzbunker noch einmal. Thomas war durch die Großeltern, die beim ersten Ton der Alarmsirenen nach dem schon bereitgestellten Notgebäck gegriffen und sich in dem romanischen Turm der Dorfkirche drängten, selber ängstlich geworden. Und die väterlichen Beruhigungsversuche halfen ihm nicht viel. Ich verfasste damals ein kleines Gebet für den Augenblick der Gefahr, dass ihm, wie ich hoffte, vielleicht eine gewisse Geborgenheit geben konnte. Ob er es jemals gebetet hat, weiß ich nicht. Den Text, von meinem Kanonier makellos und vermutlich mit einiger Verwunderung auf ein Blatt Büttenpapier geschrieben, schenkte ich ihm dann zu seinem Namenstag zum Thomasfest am 7. März 1945. 11c. Mit genau diesem Tage übrigens war für mich die Zeit in der Flagg-Kaserne zu Ende. An dem gleichen Tage auch gingen die Amerikaner über den Rhein. Seit langem schon hatte ich meiner Frau gesagt, wenn dies geschehe, müsse sie überlegen, ob sie in unserem Hause bleiben wollen oder nicht. Doch war ja diese Frage inzwischen bereits entschieden. Fast zwei Monate also hatte meine Anforderung auf sich warten lassen. Anscheinend waren sie schon Luftwaffe und her, alle Zuständigkeiten mit der vollen bürokratischen Pedanterie durchgespielt worden. So schickte man mich dennoch keineswegs einfach auf den Weg zu meinem Bestimmungsort. Nein, ich wurde formell zunächst an das Luftwaffenlazarett in Soest versetzt, um erst von dort an das Heereslazarett in Bigge kommandiert zu werden. Sovor aber hatte ich mich natürlich noch abzumelden bei meiner bisherigen Einheit auf dem Fliegerhorst Gütersloh. Mein stabiles Fahrrad nahm ich diesmal mit auf die Reise und im Vertrauen darauf hatte ich so viel Bücher wie möglich in den Rucksack gepackt. Doch musste ich die Last dann doch auf dem eigenen Rücken schleppen, das Fahrrad war bei der nächtlichen Eisenbahnfahrt aus dem Gepäckwagen verschwunden. In Gütersloh reichte mir der Bahnhofsvorsteher, als lebte man in den geordnetsten Friedenszeiten ein minutiös auszufüllendes Formular für die Verlustmeldung. Auf dem Fliegerhorst schlacksten in ihren Wildlederstiefeln mit Reißverschluss zur später Vormittagsstunde die jungen Jagdflieger, die während der Nacht im Einsatz gewesen waren, schlaftrunken zwischen den Baracken umher in dem eleganten landsknechtlichen Negligee, das in der Wehrmacht ihnen allein konzediert war. Nach langwieriger Prozedur bekam ich schließlich meine Papiere und vor allem den Marschbefehl. Zwischendurch allerdings konnte ich noch gegen meine Zigarettenration einen neuen Mantel ergattern und einen Pullover. Endlich wieder auf der Landstraße fand ich bald einen Lastwagen, der mich mitnahm. Ein Beifahrer, der freilich mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf dem vorderen Kotflügel Platz zu nehmen hatte, war damals durchaus erwünscht, um den etwaigen Anflug von Tiefliegern rechtzeitig melden zu können. Einmal ließ ich mich auch in den geschlossenen Laderaum eines Möbelwagens sperren, in der stillen Hoffnung, »Man werde mich im Ernstfall nicht darin vergessen«. Nach Soest kam ich gerade recht zum abendlichen Alarm und zog sogleich in flutenden Menschenstrom für ein, zwei Stunden in einen öffentlichen Luftschutzbunker. Im Luftwaffenlazarett, einem Schulgebäude am Stadtrand, nahm man mich mit unverblümtem Unwillen auf. Für die Nacht bekam ich eine blutbeschmitte Tragbare zugewiesen. Und am nächsten Morgen gab es dann tatsächlich den Tanz, den mir der Schreibstubenfeldwebel sogleich schadenfroh angekündigt hatte. »Wir sollen den Papierkrieg führen für einen Mann, der hier überhaupt nicht Dienst tut, kommt gar nicht in Frage.« Mittags beim üblichen Fliegeralarm sah ich die Chirurgen, die von sich gestreckten Hände noch in den Gummihandschuhen aus dem Operationssaal in den Keller steigen. Nach einer Weile traten wir vors Haus und sahen am anderen Ende der Stadt zwei bis drei englische Flugzeuge unbehelligt ein paar Bomben auf das Bahnhofsgelände werfen. Das Schreibtischpalaver über meine Versetzung endete so, dass man sie einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen beschloss. Man wollte mich nicht. Ich bekam einen verschlossenen Umschlag, mit allerlei Papieren ausgehändigt und machte mich andern Tags auf den Weg nach Bigge. Wiederum war ich für eine Zeit lang wenigstens ein schlechthin unzugehöriger Einzelner. Wenn ich auf den Gedanken gekommen wäre, zu desertieren, keine militärische Einheit hätte mich je vermisst oder mein Verschwinden auch nur bemerkt. Der Flieger P wurde ja zeitweilig in keiner Schreibstube geführt. An einem Semstagnachmittag langte ich in Bigge an. Mein erster Gang ist der zum Direktor des Hauses, auf die Frage, ob die Zusage, dass Thomas hier kommen könne, noch immer gelte, kommt wiederum ohne Zögern die Antwort ja. Das Telefonnetz ist zwar schon vielfach gestört, aber ich kann meiner Frau, nachdem endlich die Verbindung glückt, gerade noch diese Nachricht durchsagen. Dann werden wir wieder getrennt. Der Zweite, der mir dann mit seinem wohlvertraut schlenkernen Schritt in den Weg kam, war der Fürsorgeoffizier, der Lesko-Kenner. Dröhnende Begrüßung, den militärischen Rangunterschied ignorierend, falls er ihn überhaupt bemerkte, umarmte er mich fast. Und dann, nach kurzer Überlegung, schlug er mir vor, wie sonst zu meinem Freunde Dr. Schranz zu fahren und erst am Montagfrüh wieder aufzutauchen. Übers Wochenende tue sich hier ohnehin gar nichts. Ich hatte natürlich auch schon daran gedacht und konnte sogar für diese Reise einen dienstlichen Grund oder doch einen Vorwand angeben. In meiner dort untergestellten Manuskriptkiste befanden sich nämlich auch die Muster für die nun benötigten Eignungstests. Großartig! Er fasste meinen Arm, zog wie im Triumph mit mir zur Schreibstube und ließ den verdutzten Feldwebel, bei dem er mich natürlich mit dem akademischen statt mit dem militärischen Titel einführte, einen Fahrausweis nach Siedlinghausen ausstellen. Zweck der Reise, Abholung von Testmaterial. Im Hause des völlig überraschten Freundes wurde dann das Wiedersehen wie ein Fest gefeiert. Am Montagmorgen prophezeite mir verärgerte Feldwebel, ich solle mich nur auf einen heißen Empfang beim Chef gefasst machen, dem natürlich meine Ankunft und das sofortige Wiederverschwinden nicht verborgen geblieben waren. Aber als ich dann in seinem Arbeitszimmer die eingeübte Meldung machte, übrigens die einzige meines Lebens, Flieger, Pieper, zur Durchführung von Eignungsuntersuchungen in das Reservelazarett Bigge kommandiert, meldet sich zur Stelle, wurde der sonst um seine Autorität sehr besorgte Oberstabsarzt fast verlegen und sofort gab er mir völlig freie Hand für die Organisation des Prüfungsablaufes. Der allerdings sollte noch nicht so rasch beginnen und dann kaum begonnen ein unerwartet frühes Ende finden. Zunächst einmal legte ich mich, nachdem gerade die Vorlagen für die Testbogen in die Druckerei gegeben waren, mit einer fiebrigen Grippe für eine Woche ins Bett. Und dann kurze Zeit danach, ich war auf dem Rückweg von einem Prüfungstermin im Winterberger Lazarett bei Freund Schranz zur Nacht eingekehrt, wurde ich von ihm frühmorgens mit der Nachricht geweckt, das gleiche Lazarett habe nachts alle Verwundeten, die sich selber helfen könnten, auf den Weg nach Hause geschickt. Die Amerikaner seien von Siegen her im Anmarsch. Einer der Patienten des Doktors brachte mich in seinem Wagen halbwegs bis nach Bigge. Weiter traute er sich nicht, wegen der am späten Vormittag stets akuten Tieffliegergefahr. Beim Weiterwandern die Landstraße hinab, entdeckte ich mit einigem Erschrecken, dass ich ohne Koppel, also in der Unteroffiziersprache ausgedrückt, halb nackt einhergehe. Ein Glück, dass ich nicht einem Posten der Feld-Gendarmerie in den Weg laufe. Ein Glück, vor allem denke ich, dass Thomas nicht hergekommen ist. Er wird ja nun in die Kampfzone geraten, und ich selber werde weiß Gott, wohin verschlagen werden. Aber kaum habe ich das Lazarett betreten, da ruft mir schon einer der Kameraden zu. »Hast du deinen Jungen gesehen?« »Ist heute Nacht gekommen, hat auf unserer Bude geschlafen, in deinem Bett.« Oben auf der Ladung eines hochbepackten Lastwagens liegend, ist er, in seinem Schlaf behütet von einem Kriegsgefangenen Russen und versehrt durch das nächtliche Land gefahren. Sein Päckchen mit Wäsche und Kleidung hat er allerdings unterwegs verloren. Schon wenige Tage später finde ich ihn völlig vertieft ins Kartenspiel mit seinen missgebildeten Gefährten. Es scheint ihn überhaupt nicht zu verwundern, dass einer davon die Karten zwischen den Zehen hält, statt in der Hand, die er nicht besitzt. Die Amerikaner waren dicht an uns vorbeimarschiert in Richtung Paderborn und hatten inzwischen die Kreisstadt Brilon etwa zehn Kilometer nordöstlich von Bigge besetzt, wo sie übrigens, so erzählte man sich, mit weißen Fahnen empfangen worden waren und sich durch Verteilen von Schokolade schon beliebt gemacht hatten. Solche Würdelosigkeit wurde denn auch scharf gerügt durch einen der im Lande umherreisenden Offiziere, die zur Stärkung der Moral über die militärische Lage zu sprechen und zugleich Ausschau zu halten hatten nach etwa noch einsatzfähigen Männern. Die Leute nannten sie deswegen Heldenklau. Alle nicht mehr Wettlägerigen Verwundeten und das gesamte Lazarettpersonal hatten sich an einem warmen Nachmittag Ende März auf dem Rasen versammelt, in der ersten Reihe die Sanitätsoffiziere. Der Vortragende, ein offenbar historisch gebildeter älterer Reservist im Zivilberuf vielleicht direkter einer höheren Schule sprach recht gut und verstand es durch eine ungeschminkte Beschreibung der Lage, Vertrauen zu wecken. Als Grund der eigenen Zuversicht wusste er allerdings zum Schluss aus anscheinend echter subjektiver Überzeugung einzig die Tatsache anzugeben, dass, wie einer seiner Kameraden es vor kurzem selbst gesehen habe, das Auge des Führers noch immer leuchte wie seit je. Die Lazarettleitung ließ sich freilich nicht hindern, etwa kompromittierende Dokumente zu verbrennen und sich auf den Einmarsch der Amerikaner vorzubereiten. Es wurde auch befohlen, das gesamte Personal habe die rote Kreuzarmbinde zu tragen. So sah ich mit einem Mal aus wie ein Sanitäter, aber Flieger war ich schließlich genauso wenig und genauso viel. Die Gerüchtemacher hatten natürlich ihre große Zeit. Bigge wird zur Lazarettstadt erklärt, und kampflos übergeben. Die Kreisleitung verteilt schon Waffen und Munition. Jedes Haus soll bis zum letzten Mann verteidigt werden. Die Zweifel wurden rasch behoben, als eines Abends, Anfang April, die kleine Stadt von den benachbarten Höhen aus unter Artilleriebeschuss genommen wurde. Und es gab kein Anzeichen dafür, dass der Lazarettbereich etwa ausgespart bleiben werde. Man schaffte für ein paar Stunden, so glaubte man, oder für eine Nacht die Schwerverwundeten in die Keller. Aber es wurden mehrere Tage und Nächte daraus, und die Enge, der Mangel an frischer Luft, die wilden Ausbrüche der Schmerzgeplagten, die Übermüdung der Schwestern und Krankenpfleger wurden nach und nach unerträglich. In anderen Winkeln des weitläufigen, durch immer neue Anbauten unübersichtlich gewordenen Gebäudes, machte man sich über die Alkoholbestände her, und es ging zu wie in Sodom und Gomorra. So jedenfalls erzählte man. Am ruhigsten war es bei den Kindern. Der halboberirdische Raum allerdings, den man ihnen zugewiesen hatte, bot nur wenig Schutz. Ich war die meiste Zeit bei ihnen. Thomas schien alle Ängstlichkeit vergessen zu haben, verfolgte interessiert den heulenden Anflug der Granaten und suchte die Entfernung des Einschlages zu schätzen. Wer ein paar Luftangriffe erlebt hat, nimmt die Artillerie nicht mehr so ernst. Selbst als eine Granate den Schlafsaal der Kinder zwei Stockwerke über dem Schutzraum trifft, bleibt alles ruhig. Für Thomas habe ich auf einer Tischplatte einen schmalen Platz freigemacht und er schläft von meinem Mantel zugedeckt wie in Abrahams Schoß. Als nach fünf Tagen der Artilleriebeschuss und das Peitschen der Maschinengewehre aufhört, erwartet man im Hause jeden Augenblick die ersten Amerikaner. Und ich beginne einen, wie ich meine, wohl vorbereiteten, im Grunde aber unsinnigen Plan zu realisieren, der schließlich auch missrät. Glücklicherweise. Von einem Lehrer der Anstaltsschule habe ich mir einen Zivilanzug besorgt und ihn in einem großen Pappkarton auf dem Turmzimmer des Hauses deponiert. Das Zimmer, zu dem eine verborgene Seitentreppe hinauführt, ist kürzlich durch den Tod seines Bewohners frei geworden. Nur der Direktor und die Küchenschwester wissen von meiner Absicht, mich bei günstiger Gelegenheit davon zu machen. Während die Übergabe des Hauses an die Amerikaner vonstatten geht, klettere ich also in jenes Turmzimmer hinauf und verwandle mich in einen Zivilisten. Die Küchenschwester bringt mir zu Essen und nimmt meine in den gleichen Pappkarton verpackte Uniform in Verwahrung. Es ist wieder kalt geworden und ich kann mich in dem zugigen Raum nur notdürftig warm halten. Aus meiner Vogelschau sehe ich die Familien mit ihren überladenen Wägelchen heimwärts ziehen. Auf dem Spielplatz lärmen schon wieder die Jungen Thomas mitten dazwischen. Aus dem nahen Waldstück allerdings hört man noch hin und wieder Schüsse und Feuerstöße. Vom Bücherbrett lese ich in Evelyn Underhills Mystik die geschichtliche Zusammenfassung und aus dem Alten Testament das Buch Tobias. Im Übrigen warte ich immer weniger überzeugt von dem Sinn des Unternehmens. Und dann eines Vormittages zu ungewohnter Stunde erscheint die Küchenschwester unter dem Arm den wohlbekannten Pappkarton. Der Direktor bitte mich mein Versteck zu verlassen. Die Amerikaner vermuten den verschwundenen NS-Kreisleiter im Hause und haben mit einer Durchsuchung aller Räume gedroht. Nicht ohne Erleichterung ziehe ich also die Uniform wieder an. Zwar ist, so scheint es der Krieg für mich vorbei, doch habe ich zunächst einmal nun doch nachdenklichen Schrittes aus meinem Turm herunter zu steigen, in einen Zustand, der wohl oder übel amerikanische Kriegsgefangenschaft zu nennen ist. zuerst. zuerst. Zwar ist, zuerst, zuerst. Vielen Dank.